hey leute und willkommen zurück zu einer neuen folge von meinem community projekt heute mit dem dark gaming und wir spielen noch eine player announced battlegrounds und ja wir gucken einfach mal Stefan hat das spiel jetzt relativ neu ich auch ja ich auch wir gehen in roosok wir gehen in roosok ich hab's markiert okay die groß die vielen häuser siehst du ja okay ich spring jetzt ab ja ich auch ich bin auch gott wo wir sind da müssen wir hin okay ich bin einfach dann zu den also beim bach du müsstest mich eh sehen gehe dann einfach in das haus okay ja ich geh jetzt erstmal in das haus rein also bei mir leckts nicht das game ist ganz flüssig ja ich habe eigentlich auch bei mir die ganzen einstellung nochmal okay ich hab ne waffe das ist schon mal gut 3 2 1 tot yay ah fuck mein ton muss kurz hochstehen ich hör schon die ersten schüssel und ich hab nicht mal ne waffe ey ich hab ein t-shirt warte ich komm ich komm ich komm und rucksack ach so das bist du das hab ich schon gedacht okay hast du ne waffe für mich ich hab nur eine waffe die brauchst du selbst aber ich kann dir eine holen ich bin im nebenhaus bei dir ja ich bin auch gerade mal auf dem haus drauf oh guck mal ich hab ne waffe ich hab ne 92 90 90 sagt mir nicht aber naja so einmal aufladen ich hab eins rauchgranate yay nice und ne viermal suche was das ne mikro uzi hab ich ja auch die ist auch nice also du kannst auch teile für die also erweiterte magazin und so kannst du ja alles einbauen ja stimmt ja ich weiß nicht wollen wir erstmal nach dem fahrzeug gucken oder wollen wir erstmal das system oder also ja muss in dem weißen kreis bleiben ja das system habe ich verstanden okay gut dann kommen wir mal hinterher nur ich hab halt gedacht weil hier bei uns in der sind schon voll viele gegner deswegen das erstmal verschanzen ja gehen wir mal in das haus okay ja bleib mal stehen bleiben stehen ich höre nichts bei dem haus gehen wir mal rein okay ich mach zu okay das benzin ich bräuchte halt noch vielleicht ein helm und vielleicht noch eine weste ja ich habe aber ich habe keine für dich in dem ein haus wäre eine gewesen ich mach mir mal ein sucher darauf das schon mal gut für den anfang weil ein sucher wie sie ist immer gut das schon eine firma suche aber ne warte mal da geht es wieder raus nur ich habe für die waffe leider keine munition also ist ja eigentlich ziemlich warte kaliber 12 brauchst du für die ich legte ein munitionspädchen die muni brauchst du für die waffe glaube ich ja genau ja perfekt 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 drei vier fünf flüsse ok was sagst du eigentlich zu gaming laptops das würde mich mal interessieren zu gaming laptops also ich habe ja schon ein paar so im internet gesehen von ein paar youtuber wie sie das vorgestellt haben also wenn die wirklich eine gute grafikkarte und sowas haben wenn die sehr stabil laufen ist das auf jeden fall eine investition wert aber muss man halt ganz anderer meinung weil ich finde einfach pc sehen viel epischer aus naja du kannst du nirgends hin mitnehmen aber das ist mir dann auch egal weil du kannst du dann auch mit einem pc vom freund spielen aber das ist halt dumm weil laptops das spielerlebnis ist bei pc ist ganz anders du kannst du das setup irgendwie viel größer ausbauen und so ich finde halt pc ist cooler als laptops aber da hat jeder seine eigene meinung oder unten da unten sich zwei beziehungsweise da unten da unten links bei diesem kleinen grauen haus mit der satelliten schlüssel oben drauf ja da drin sind zwei warte gehen wir da zum roten haus ok ok wenn ich jetzt sterb sorry ich sag's jetzt schon mal ja ich auch schon vorher weil es ist nicht so noch noch nicht ich bin auch tut ich bin auch ich kann auch fragen 35 alter wir sind halt die größten nutzen game ich habe ja schon wer jemand da ist das schon wieder jemand alter es sind 96 mit wir in der letzten runde gestorben sind wahnsinn nach 50 glaube ich wurde schon so wenig rein geht schon keine ahnung das problem ist ich bin leicht da und weil da haben wir schon jemand dann versteckt ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg der gleich steht sagt der gleich stirbt genau warte mal erst mal hier rein rein und scharf geschossen lauf lauf steckt sich in irgendeinem haus du müsstest mich eh sehen aber ich habe nur ein sichel ich habe eine mikro uzi also ich kann mich auf jeden fall wehren schon mal das auf jeden fall schon mal gut ich verstecke mich ich kann die gegner sicheln sich ja ich habe mit einem sichel die in ihr face so ich bin jetzt erst mal relativ gut ausgerüstet hoffe ich sterbe nicht wenn ich jetzt sterben oder faktisch den krieg ich nicht mit der pistole okay ich glaube der kommt stefan wo bist du ich bin im haus da jetzt musst du war wo du warst glaube ich da hinten wieder weiter nicht ich habe jetzt auch eine hatte seiner was ja keine waffe ja hab ihn double headshot habe ihn gekillt lebst du noch ja noch lebe ich ich habe einen kill da ich bin im haus kam rein ich bin getroffen ich bin getroffen ich bin getroffen komm her komm her ich bin gleich tot ich bin gleich tot ja ich bin auch down lol hier ist wieder nur ein rucksack was ist hier ich nehme das einfach alles mal mit was hier so liegt ich nehme das einfach alles mal mit ist hier nicht eine waffe nicht jetzt ein rucksack verbannt schalldämpfer ja irgendwann mal wenn ich eine waffe finde schalldämpfer auch nicht schlecht ist eigentlich aufgefallen das wird mich schon wieder mega aus dem gespräch gekommen ist also ja das war auch irgendwie ein bisschen klar also es war ja sowieso nur so ein ersatz ich habe kurz sogar gedacht das wird mir wirklich youtube ersetzen könnte nein ach das das hätte wenn dann schon jahre gedauert weil wir ja erst mal dahin hätte kommen müssen wo youtube jetzt ist auf dem stand und das hätte ja auch wieder ein bisschen gedauert ist ja mega groß geworden also ich glaube die ersteller von youtube haben so viel geld mit der mit der seite gemacht ja ich habe mir das auch überlegt vielleicht mal in den ferien so so einfach so ein vlog zu machen oder ich würde auch gerne so der kamera mal mitnehmen zum fußballplatz oder so und da ein bisschen film aber ich habe halt nicht so eine voll hochwertige kann man auch leider keinen ja ich habe aber auch leider keinen stativen zum beispiel meine leg ja irgendwo auf zu stellen hast du eine legger ja ja ich sehe mega gut ist eine mega gute kamera finde ich ja nur das problem ist halt ich habe kein stativ also ich müsste das theoretisch an die ganze zeit festhalten oder jemanden film lassen und das ist dann auch ein bisschen blöd da sind die aufnahmen dann so verwackelt und hast du nicht gesehen aber hier oh fuck ah scheiße das wollte ich nicht warte kurz warte kurz warte kurz ich ich fühle dich alter ich habe mich voll erschrocken oh mein gott scheiße ich habe einen eigenen kollegen erschossen ja moin ey tut mir leid ey ja passt schon egal scheiße man ja ich bin wieder weg warte mal ich mache mal schnell ersthilfe koffer egal ich habe das kann mal passieren ja ich habe oben den den spielernamen irgendwie nicht gesehen und dann habe ich erst mal voller schocken ich dachte so alter und dann habe ich einfach aufs reaktion geschossen hättest du noch mal geschossen wäre ich da gewesen naja gott sei dank habe ich noch einmal geschossen ich hätte meinen eigenen teamkollegen erschossen soo da hinten da hinten da hinten ist einer da hinten ist einer warte mal ich geh hinter da hinten hast du den gesehen verteilen verteilen also nicht ganz falls er also aufpassen falls der ne schrot hat oder ne schottgang keine ahnung ich muss mal nachladen kurz ist in dem haus mit dem gatter da oder was das ist ja das auto davor steht oder nee ich glaube das haus dahinter ich meine ihn gesehen zu haben wir ins haus dahinter gegangen ist da ist auch offen warte ich mach mal da mal die tür zu nicht dass der rauskommt jetzt von hinten warte mal ich guck mal oben oben ist er nicht da ist auf jeden fall hier also ich habe auf jeden fall ihn gesehen wie er hier ah da ist er da ist er da ist er hier rum hier rum um die ecke ich überlebe noch ja komm schnell schnell ja hab ich habe ich gut perfekt das war ich habe ihn noch gekillt oh mein gott sag mal was hat er so drinnen ja mach ruhig hat 40 40 verbände fertig einen handgriff schnellwechsel rauchgranate ich nehme mal die ganzen rauchgranaten raus ich mache die splitter brauche ich da sind stufe 3 rucksack das ist gut alter der hatte richtig neues zeug aber mal die ak mit alter 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 nein hinter uns hinter uns der ist warte warte wo ist er denn ich sehe die nicht ich bin auf jeden fall wieder getroffen ja warte ich bin getroffen da vorne bei der straße vorne bei der straße ja warte ich bin tot ich beobachte noch mal kurz scheiße egal aber die runde war auf jeden fall nice war richtig spannend und auch die ganzen runden davor ja gut da würde ich sagen vielen dank dass du mit dabei warst hat spaß gemacht und falls ihr auch mal beim dark gaming vorbeischauen wollt hast du auch youtube-kanal ja habe ich gut dann werde ich den unten mal verlinkt dann könnt ihr da auch vorbeigucken keine videos ich werde bald mal anfangen aber ich mache es safe nicht so aktiv videos wie der stefan weil ich gehe noch zur schule und gerade ist ein bisschen stressig aber dann kommt so in der woche kommt schon mal ein video also das ist doch ja das ist doch schon mal gut für den anfang okay dann würde ich sagen dass eine bewertung da ein kommentar und dann sehen wir uns bei der nächsten folge wieder macht gut ja so ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020